ich bin so verwirklich, dass ich den straßen in die arbeit dann fangen wir an mit den großen bildungsgebäuden da brauche ich nämlich einmal hier und einmal hier eins grundschulen können wir danach sitzen danach das müssen wir noch mal hier hin haben wir müssen noch so und so alles klar wir müssen mich hergehen und anfangen unser einbahnstraßen system hier hinzusetzen so mache ich diesmal so, einmal gehen wir weg und einmal gehen wir hin also hier gehen wir weg und hier kommen wir von beiden seiten hin und so gehen wir hier wieder weg und kommen wir wieder hin auch wenn schon fast ein bisschen platzmangel ist und hier haben wir ja unsere große zwischen unsere großen zwischenstraßen so, bleiben wir gleich mal bei bildungen grundschulen, drei stück die zeichnetzungen reicht uns eine kleine die feuerwehr machen wir für das gebiet mal eine große hauptwache rein krankenhaus haben wir eins zwei krematorien und weil ich so freundlich bin gibt es mir eine friedluft dazu und noch ein ärztezentrum also da ein bisschen, ein bisschen ärzt Stroh haben wir noch genug aber jetzt müssen wir langsam die leute kommen das gebiet hier lassen wir noch besiedeln von diesen autonomen einwohnern dann machen wir hier zwei reihen davon zwei reihen davon und wie ich heute kenne wollen sie auch arbeiten oder was so und Strom müsste inzwischen schon fließen ja, irgendwo geht es immer durch so dann hätte ich gerne noch eine Bushaltestelle und selbstverständlich gibt es jetzt hier auch noch na ähm ein neues Bus-Linien-System und zwar das ist gar nicht so einfach gerade quer hier durch so eine neue Bus-Linie so da können sich die Leute erstmal hinbauen es ist schon wieder ein großes Gebiet geworden also wenn man das gesamte sieht ist es schon richtig groß hier ok, was brauchen wir denn? was haben wir hier? Weltraumluft bauen sie Opernhaus mhm 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 Gin mhm mhm Ah, wir müssten inzwischen hier, wo, da doch, die Großbibliothek. Das Schätzchen würde ich gerne... Na, komm, setzen wir die Großbibliothek mal hier unten hin. Dann haben wir da auch mal was. Ah, stimmt, das werden wir nie haben. Was war mal... Achso, das war die Fläche. Observatorium werden wir nie haben. Geschäftspark. Was ist der Geschäftspark? Nein. Theater. Füllen Sie zehn Instanzen von Friedhöfen. Okay. Der Eiffelturm. Hm. Grand Sentinel Terminal. Füllen Sie schon wieder. 15.000 Kinder in Grundschulen. Ach, 4.000. Und die zwei Instanzen von Flughafen. Da haben wir einen Flughafen? Oh, jo. Nur die Sörgen. Warum keinen zweiten Flughafen? Das Wohngebiet füllt sich ja ratzfatz. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Kommt hier, Flughafen. Nummero zwei hin. Und zwar machen wir dafür folgendes. Da gehen wir erst her. Und machen... Also wir haben ja den Platz. Das wissen wir. Machen wir zuerst. Bis dahin mal. Bis dahin. Das verbinden wir. Das ist jetzt erst mal die tote Zone. Da können wir aber von mir aus sowas drüber setzen. Sowas drüber setzen. Und sowas drüber setzen. Weil die soll ja zugänglich sein. Hier können wir irgendwas... Keine Ahnung. Industriegebieten so ein Shit reinmachen später. Geh mal her. Züge. Einmal da hin. Und einmal da hin. So. Sind beide nicht ans Wassernetz angeschlossen. Das ist mein Thema. Für mich ist das nicht das Problem. Das war mal ruckzuck. Strom fehlt euch noch. Das glaube ich euch. Aber. Da. Das wollte ich haben. Wir können nämlich... Nun fach mal ruckzuck. In dem Beck verschwinde. Und hier zack. Wieder rauskommen. So. Das hier verbinden wir natürlich noch mit dem da. Und das hier. Da bin ich wieder schön tief in der Erde, oder? So. Bis dahin. So. Ein bisschen zu weit, eigentlich. Ein bisschen zu weit, eigentlich. Ein bisschen zu stein, weil es ist. Alles schon viel zu stein. So. Mal hier den da. Und zack. An die Oberflächen mit dir. Mal mal boom. Mal boom. So. Jetzt sind wir auch hier. Unseren Eingang. Jetzt können wir hier rüberfahren. Strom brauchen wir noch. Von hier aus. Jetzt habt ihr hier einen dämlichen Strom. So. Hier. Dazu. Zur Zuglinie. Okay. Stimmt. Wir haben jetzt sozusagen eine Rundfahrt. Ay, wie schön. Das ist wunderbar. So. Obwohl mir dieses Stromdings hier da nicht gefällt. Das kann ich nicht können. Das muss immer weg. Dann müssen wir hier einen separaten Anschluss holen. Oh, das ist auch kein Problem. So. Das hier nochmal mal weg. So. Zack, zack. So. Jetzt haben wir jetzt eine Bridge. Das ist vielleicht nicht so geil. Was ist geil? Und das ist... Ähm... Na. So. Und so. Ist wohl nicht optimal. Ein bisschen schräg. Aber es läuft. So. Ich hab ja gesagt, Flughafen hätte ich können. Machen wir das Vieh mal da hin. Und dann geht's jetzt mit der Straße hier drumherum. So. Hier haben wir jetzt einen riesengroßen Platz noch. Für allen möglichen Quatsch, den wir noch irgendwann brauchen. So. So. So wollen wir aber wieder besiedeln, die Leute. Lassen wir sie mal. Hier machen wir... Die eine Hälfte so. Die andere Hälfte so. Fertig. Ganz easy. Und dann brauchen wir schon unsere dämischen Stromleidungen nicht mehr. Zack. Weg mit der Kacke. Und nochmal nachsiedeln. Ah, hier ist schon fast. Ah, nee, doch nicht ganz. Und hier nochmal die beiden Ständer. So. Ach, das möchte ich dir auch noch Strom haben. Ich hab's ja wohl nicht. Dann hasse da deinen Strom. Dann müssen wir jetzt aber noch Buslinien wieder machen. Da. Neue Linie. Einmal dort. Und dort. Und dort. Ja, und das verteilt sich dann hier. Uff, die Stadt. Also, nochmal einfach mal. kurz hier ein paar ansteuern. Und dann wieder zurück an den Anfang. Eine große Linie braucht er eigentlich nicht. Ich weiß, was da auch noch hinkommt. Der neuen Scheißhaufen der Stadt. Die Teile da. Hier haben wir so eine Müllverbrennung hin. Warum erkläre ich das sofort. Hier oben haben wir eine Müllverbrennungsanlage. Irgendwo da. Die wird den Müll aber nicht von hier holen. Deswegen habe ich da jetzt noch zwei separate hin getan. Hier sehen wir schon wieder Müll. Ach, Friedhof von Malaka. Alles kein Platz mehr. Röschbar. Dann füllen wir das mal weiter. So. Bildung, Gesundheit, Friedhof. Das ist zwar schon grob direkt neben die scheiße Verarbeitung. Aber was soll's. Es soll auch mal Friedhöfe für arme Leute geben. Strom sieht gut aus. Da wird es allerhöchstens ein gutes AKW hierhin geben. Die Stromleitungen sind auch schon überflüssig. Wir können das Riesenrad bauen. Nice. Das möchte ich. Dann hätten wir können das hier machen. Hier. Dann machen wir mal die Einbahnstraße, die hier ist. Jetzt ziehen wir durch. Und hier bauen wir dann ein Riesenrad hin. Nice. Das haben wir hier vor allem ein Gebiet gehabt. Das gibt's auch ein neues Gebiet. Ich werde euch sicher wieder neu aufbauen. Perfekt. Haben wir immer noch nix? Das Gebiet hier sieht schon... Das, 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 das Gebiet sieht sehr gut aus hier. Oh, wow. Jo, top. 47% sind hochgebildet. Nur 11% sind ungebildet. Das sind halt diese 11% hier. Oh, was haben wir hier? Die haben keinen Universitätszugang. wo direkt da eine ist hm hm oh bin ich gerade vor dem TS dann habe ich wohl gerade die Connection vor dem keine Ahnung warum habe ich kein Internet mehr also mein WLAN ist noch an Handy sagt mir ist okay naja ist nicht so schlimm ich speichere aber da speichern wir mal kurz lieber spiel speichern einfach mal kurz speichern drücken ich wollte aber irgendwas mal noch vergessen also da brauchen die noch bis die endlich mal auf der Uni fahren muss das Thema machen wir hier nicht dann würde ich sagen geben wir denen einfach mal Zeit so hier machen wir nochmal ah ich habe zwar eigentlich gesagt ne komm machen wir auch nicht ich habe gesagt nein da halten wir uns jetzt aller höchstens machen hey hey wake up ja ich hatte kurz ein DC jetzt schützen sie mich an hey wake up hey wake up ja ich bin wach alter ich nehm grad nur auf sorry so so das hier vollständigkeitshalber ah ne um Gottes Willen nie im nicht im Leben da oben mit Menschen das kann nur schief gehen lieber ein paar Menschen noch hinten hinsetzen das besser ah zum Glück kann ich die Aufnahme und die das ist